Wie oft habe ich gehört, alles ist zu schnell, alles ist zu laut, die Zeiten werden komisch, sie werden immer seltsamer und wonach sehnt man sich urplötzlich? Tja, und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe mich mal umgeguckt und eine Sache, die habe ich mal so intensiv ausprobiert. Senkos Kloster schweigen. Naja, ob er das gegeben hat, das werdet ihr erfahren.